hallo zusammen und willkommen zu diesem video kameratechnik plus flüssigkeiten wie wasser sind im grunde keine gute idee wenn man sie zusammenbringen will allerdings sieht kennen das offensichtlich ein bisschen anders und ist etwas heißem auf der spur kameratechnik wie zum beispiel deine spiegellose kamera und wasser das versucht man nach möglichkeit nicht zusammenzubringen denn im regelfall hat das einen großen wenn ich sogar total schaden deiner kameratechnik zur folge was ist das größte problem bei moderner insbesondere spiegelloser kameratechnik egal in welcher größe ja ob insta 360 egal ob canon r5 na klar je höher die auflösung wird je kompakter die bauweise wird desto mehr gibt es probleme mit überhitzungen letztlich 2020 als kennen ja die r5 vorgestellt hat mit der du ja in 8k aufnehmen kannst gab es einen großen aufschrei ja was ist da los nach wenigen minuten haben dann die aufzeichnungen in 8k abgebrochen weil die kamera überhitzt ist mittlerweile hat man das ganze versucht ein bisschen in den griff zu kriegen es gab das ein oder andere software update dann hieß es jetzt kannst du 20 minuten lang aufnehmen aktuell ist es so dass man diese zahlen gar nicht mehr als festen wert nehmen kann sondern vielmehr hat kennen es geschafft mit einem software update die kamera permanent messen zu lassen von der temperatur und je nachdem ja wie ist jetzt die außentemperatur wie entwickelt sich die tatsächliche temperatur in der kamera kannst du länger oder kürzer aufnehmen aber das grundlegende problem mit der überhitzung das besteht natürlich weiter das problem hat natürlich nicht nur kennen sondern auch andere anbieter einige andere anbieter gehen dort mit entsprechenden lüfter systemen ans werk um entsprechend ja das innere der kamera den sensor nicht überhitzen zu lassen das hat natürlich das problem ja dass sich die bauweise der kameras natürlich ja nicht weiter reduzieren lässt und vor allem nicht kompakt halten lässt jetzt haben sich natürlich auch schon dritt anbieter darüber gedanken gemacht zum beispiel gibt es für die r5 ein externes kühlsystem einen externen lüfter der externe lüfter den es zum beispiel bei kalumet gibt kostet um die 250 euro wird dann entsprechend hier hinten an der kamera positioniert um die kamera im innen also auch den sensor dann entsprechend zu kühlen und sowie sich natürliche drittanbieter solch einem problem annehmen weiß man schon das problem und die nachfrage nach einer lösung die ist so groß das ist natürlich auch für den hersteller knapp wird und er hier an lösungsvorschlägen arbeiten muss ganz ehrlich lüfter dauerhaft hier hinten an der kamera noch zusätzlich zu haben heißt allerdings auch laut montageanleitung du brauchst noch eine extra power bank um das ganze betreiben zu können du kannst das display natürlich nicht einklappen also schnell mal eben nebenbei dann 8k filmen das ist schon schwierig und auch der preis von 250 euro ist natürlich kein schnäppchen das heißt auch hier ist natürlich der hersteller gefragt und nicht nur kennen sondern auch herr andere hersteller sind natürlich gefragt das problem in den griff zu bekommen ich glaube auch dass externe lüfter beziehungsweise interne lüfter hier nicht das finale problem sein können dass er auf dauer nicht die hitzeentwicklung die gerade hohe auflösung die 8k liefern dauerhaft und auch nachhaltig lösen können und genau das scheint sich wohl auch kennen gedacht zu haben denn kennen hat tatsächlich wasser ins spiel gebracht na gut vielleicht nicht wasser aber zumindestens eine flüssigkeit wenn man dem patent der patent anmeldung die ziemlich aktuell ist und zwar vom 18 august 22 glauben schenken darf es geht noch nicht so recht hervor um was für eine flüssigkeit es sich handelt es soll sich um eine magnetische flüssigkeit handeln das heißt ich gehe mal nicht von aus dass es reines wasser ist aber die konsistenz wird allerdings auch nicht näher in der patentanmeldung beschrieben das ganze ist ein ziemlich einfaches zirkulierendes system das ganze die zirkulation wird hervorgerufen durch einen magnetfeld generator der dann natürlich deshalb auch magnetisch die flüssigkeit dann entsprechend in zirkulation versetzt das heißt da wo die hitze entsteht wird sie von der magnetischen flüssigkeit aufgenommen zirkuliert dann soll abgekühlt werden und soll so im inneren der kamera für entsprechende abkühlung sorgen der lieben wenn das zusammen funktioniert flüssigkeit plus technik er hätte kennen da glaube ich einen schönen großen schritt nach vorne getan und vielleicht sogar auch nachhaltig das problem mit der überhitzung der kameras gelöst ja und dann sind natürlich die auflösungen nach oben offen dann ist 8k tatsächlich wahrscheinlich noch nicht das ende der fahnenstange sondern da wird noch mehr kommen und das problem mit der überhitzung ist dann vielleicht tatsächlich auch geschichte interessante sache mit dieser patentanmeldung ich habe es auch im netz gefunden habe mir das ganze noch mal näher angeschaut müssen recherchiert und scheint tatsächlich eine tatsächliche patentanmeldung von canon zu sein ihr lieben tja schreibt mir doch mal gerne unten in die kommentare was haltet ihr davon gehören flüssigkeiten in welcher form auch immer ob wasser oder auch magnetisch zähflüssig wie es nachher auch ausfallen wird in eine kamera in ein technisches gerät und denkt auch ihr vielleicht ja das könnte tatsächlich eine lösung des bestehenden problem sein oder sagt ihr nach flüssigkeiten in technischen geräten ob das das wahre ist ja all das schreibt mir gerne unten in die video kommentare und wenn euch der kleine ausblick in die zukunft der high-end kameratechnik gefallen hat dann lasst mir das video doch gerne daumen hoch da wenn uns künftig in einem meiner neuen videos wieder sehen wollen und hab's noch nicht getan dann abonniert an dieser stelle doch gerne meinen kanal in diesem sinne lieben bis dahin